Die Thermen am Viehmarkt Bei Bauarbeiten unterhalb des Geländes des ehemaligen Viehmarkts stieß man 1987 auf archäologische Zeugnisse aus der Gründungszeit von Trier. Darunter fanden sich Fundamente römischer Häuser sowie die Grundmauern eines größeren Baus. Bei weiteren Grabungen stellte sich heraus, dass es sich hier um eine Thermenanlage handelte, mit deren Bau die Römer etwa 80 n. Chr. begonnen hatten. Die Thermen waren so ausgerichtet, dass das Warmbad Sonnenlicht aus Süden bekam, das Kaltbad hatte seine Fenster gegen Norden. Die Therme hatte eine Gesamtfläche von mehr als 8000 m² und war damit zwar kleiner als die Barbara-Thermen, hätte aber die Kaiser-Thermen bei weitem übertroffen, wenn diese fertiggestellt worden wären. Nach dem Rückzug der Römer verfielen diese Thermen und wurden als Steinbruch genutzt. Der Kapuzinerorden errichtete im 17. Jahrhundert auf dem Gelände mehrere Gebäude und legte einen Klostergarten an. Als der Orden im Rahmen der Säkularisation aufgelöst wurde, nutzte man den Platz als Viehmarkt. Um die Ausgrabungen vor Witterungseinflüssen zu schützen, wurde das Grabungsgebiet mit einem schützenden Glasbau überbaut. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel-Mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos. Testen Sie die Säkularisation, von A Betty Ahaernα Testen Sie die Säkularis formuliert? Testen Sie die Säkularis Перв�recreifung und darbeiten? Testen Sie die Sahel Testen Sie die Säkularis